guten morgen ja heute extra früh aufgestanden sollte den ganzen tag die sonne scheinen und jetzt wollte ich gerade los aber der nebel ist noch ein bisschen arg ich wollte eigentlich die ersten sonnenstrahlen schon einfangen aber leider ist mir zu nebelig um zu fliegen also warte ich noch so ein halbes stündchen und dann werden schöne aufnahmen gemacht in der zeit schneide ich euch schon mal ein schönes read zusammen ihr könnt euch dann anschauen was ich gestern geflogen bin ok senhoras e senhores bem vindos aus sons do brasil so 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 ja also wie man sieht sieht man nix ich bin jetzt an dem spot wo ich erst mal gecrashed bin da hinten am baum war es genau aktuell ist noch so viel nebel ja man sieht nicht wirklich viel ich laufe einfach mal weiter und so neue platz aus und genau und wenn ich halt mal um dass jeder mal die sonne das dauert nicht mal lang und dann starte ich das ding los aber bis dahin schaue ich erst mal in diese richtung wo man nix sieht da laufe ich jetzt einfach mal hin keine ahnung aber ich halt mal bis dann hey so ja ich habe hier was gefunden so also meine haare sind es ist aber ziemlich ziemlich nass noch mit nebel aber im moment ich zeige euch was die sonne macht sich immer und hier habe ich auch einen ort gefunden das sind cool cool bäume hintereinander wenn man da mal so durchläuft dann kann ich ja eigentlich schöne übungen machen es ist kein wald es ist keine freie fläche ne und da kann man so ein bisschen ja hier werde ich mal schauen dass ich ein bisschen ein bisschen rumfliege und die sonne die ist schon da hey hier sitze ich nun und singe auf meinem stuhl warte 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 mein stuhl 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 geiler stuhl ja und ähm dauert nicht mehr lang glaube ich dann ist die sonne weg und so lang bleibe ich halt hier sitzen oh guck doch mal die sonne die sonne ja äh der nebel weg nicht die sonne weg die sonne soll kommen also die sonne ist da aber ja der nebel muss weg der muss weg der muss weg ich hab schon nasser Haar und so ja genau dann warten wir halt schön geduldig aber ihr seht so langsam wird also bis später in der luft das ist das ist was das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020